Lektion 1. Ein köstliches Rezept teilen Oh, das klingt köstlich. Kannst du das Rezept teilen, Anna? Natürlich, John. Es ist ein einfaches und würziges Nudelgericht, das Sie lieben werden. Großartig! Welche Zutaten benötigen wir für dieses Rezept? Wir brauchen Spaghetti, Olivenöl, Knoblauch, Kirschtomaten, Basilikum, Salz und Pfeffer. Klingt einfach. Wie fangen wir an, das Gericht zuzubereiten? Kochen Sie die Spaghetti zunächst nach Packungsanleitung bis fest. Ich hab's. Was sollen wir als nächstes tun, während die Pasta kocht? In einer separaten Pfanne etwas Olivenöl erhitzen und gehackten Knoblauch anbraten, bis er duftet. MMM. Das Aroma kann ich mir schon vorstellen. Was ist der nächste Schritt? Halbierte Kirschtomaten in die Pfanne geben und kochen, bis sie weich werden und ihren Saft freisetzen. Das klingt köstlich. Was machen wir, nachdem die Tomaten gekocht sind? Die Tomatenmischung mit Salz und Pfeffer abschmecken, dann zerrissene Basilikumblätter dazugeben. Lecker. Nun, was ist der letzte Schritt, um alles zusammenzubringen? Die gekochten Spaghetti abtropfen lassen und mit der Tomatenmischung in die Pfanne geben. Gut vermischen, um die Nudeln zu beschichten. Es klingt unglaublich aromatisch und einfach zuzubereiten. Ich kann es kaum erwarten, es auszuprobieren. Es ist ein Publikumsmagnet, John. Servieren Sie es mit einer Prise geriebenem Parmesan-Käse darüber. Danke, dass du dieses Rezept geteilt hast, Anna. Ich werde es auf jeden Fall versuchen. Gern geschehen, John. Guten Appetit. Lass mich wissen, wie es ausgeht. Lektion 2 Fluginformationen überprüfen Anna, ich fliege morgen. Denkst du, ich sollte die Fluggesellschaft anrufen, um zu überprüfen, ob mein Flug pünktlich ist? Ja, John. Es ist eine gute Idee, die Fluggesellschaft anzurufen und sich nach ihrem Flugstatus zu erkundigen. An welche Fluggesellschaft sollte ich mich wenden? Haben Sie irgendwelche Empfehlungen? Du kannst sie, Erlina, anrufen. Sie haben einen hilfreichen Kundendienst, der Ihnen die Informationen geben kann, die Sie benötigen. Das ist großartig. Ich rufe Sie an und schaue, ob alles im Zeitplan ist. Ich hoffe, dein Flug ist pünktlich, John. Es ist immer am besten, es noch einmal zu überprüfen, um Überraschungen zu vermeiden. Absolut, Anna. Es ist besser, proaktiv zu sein und für ein reibungsloses Reiseerlebnis zu sorgen. Sobald Sie die Informationen haben, können Sie Ihre An- und Abreise entsprechend planen. Das stimmt. Ich werde sicherstellen, dass ich rechtzeitig abreise, falls es zu Verzögerungen kommen sollte. Es ist immer besser, früh zu kommen als sich zu beeilen, besonders wenn es darum geht, einen Flug zu erwischen. Dem stimme ich voll und ganz zu, Anna. Pünktlichkeit und gute Vorbereitung reduzieren Stress und machen die Reise angenehmer. Wenn Sie weitere Fragen oder Bedenken haben, zögern Sie nicht, sich an den Helpdesk der Fluggesellschaft zu wenden. Das werde ich im Hinterkopf behalten, Anna. Ihr Helpdesk sollte Ihnen bei weiteren Fragen weiterhelfen können. Sie sind da, um Unterstützung zu bieten und alle Probleme zu lösen, die Sie möglicherweise vor oder während Ihrer Reise haben. Ich schätze Deinen Rat, Anna. Es ist immer gut, jemanden zu haben, der sich auskennt, um sich beraten zu lassen. Gern geschehen, John. Ich bin hier, um zu helfen. Ich wünsche Ihnen eine reibungslose und angenehme Reise. Danke, Anna. Dann erkundige ich mich bei der Fluggesellschaft und bereite mich entsprechend vor. Ich weiß Ihre Hilfe zu schätzen. Kein Problem, John. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und künftlichen Flug. Genieße Deine Reisen. Lektion 3 – Offen und freundlich sein Anna, ich bin etwas nervös, heute Abend an der gesellschaftlichen Veranstaltung teilzunehmen. Was sollte ich tun? Keine Sorge, John. Es ist normal, nervös zu sein, aber denk daran, dass es allen genauso geht. Sei einfach offen und freundlich. Ich fürchte, ich werde dort niemanden kennen. Wie kann ich das überwinden? Stellen Sie sich zunächst anderen vor und zeigen Sie echtes Interesse daran, sie kennenzulernen. Sie werden wahrscheinlich Ihre Freundlichkeit zu schätzen wissen. Das klingt nach einem guten Ansatz. Ich werde mein Bestes geben, um Gespräche zu beginnen und neue Verbindungen herzustellen. Das ist der Geist, John. Denk dran, Menschen reagieren oft positiv auf jemanden, der ansprechbar ist und mit dem man leicht reden kann. Das behalte ich im Hinterkopf. Offen und freundlich zu sein hilft, das Eis zu brechen und eine einladende Atmosphäre zu schaffen. Aktives Zuhören ist etwas, an dem ich arbeiten muss. Ich werde mich bemühen, aufmerksam zu sein und echtes Interesse zu zeigen. Das ist großartig, John. Die Leute schätzen es, wenn sie sich gehört und verstanden fühlen. Was ist, wenn ich schüchtern oder unsicher bin, was ich sagen soll? Atme tief durch und denk daran, dass es okay ist, du selbst zu sein. Authentizität trägt wesentlich dazu bei, sinnvolle Verbindungen herzustellen. Ich werde versuchen, mich zu entspannen und meine wahre Persönlichkeit durchscheinen zu lassen. Hoffentlich hilft mir das, mich wohler zu fühlen. Das wird es auf jeden Fall, John. Sei einfach du selbst und andere werden deine echte Natur zu schätzen wissen. Danke für den Rat, Anna. Ich fühle mich jetzt selbstbewusster. Ich werde mit einer offenen und freundlichen Einstellung zu der Veranstaltung gehen. Gern geschehen, John. Ich freue mich, dass ich helfen konnte. Denken Sie daran, dass soziale Ereignisse Gelegenheiten für Wachstum und neue Erfahrungen sind. Absolut, Anna. Ich bin bereit, die Veranstaltung anzunehmen und das Beste aus den Verbindungen zu machen, die ich knüpfen werde. Das ist der Geist, John. Genieß den Abend und ich bin sicher, du wirst eine tolle Zeit haben. Danke, Anna. Deine Unterstützung bedeutet mir viel. Ich werde meine Erfahrungen danach mit Ihnen teilen. Ich freue mich darauf, alles darüber zu hören, John. Ich wünsche Ihnen viel Glück und haben Sie eine wundervolle Zeit heute Abend. Lektion 4 Das perfekte Geschenk auswählen Anna, ich suche ein Geschenk für meinen Freund. Soll ich das Buch oder den Schal nehmen? Beide Optionen klingen großartig, John. Warum nicht beide nehmen? Sie wären ein nettes Geschenk. Das ist eine gute Idee. Ein Buch und einen Schal zusammen zu haben, würde der Gegenwart Abwechslung und Nachdenklichkeit verleihen. Exakt. Das Buch kann für Unterhaltung oder Wissen sorgen, während der Schal einen Hauch von Stil und Wärme verleiht. Ich denke, mein Freund würde die Kombination schätzen. Es zeigt, dass ich mir Mühe gegeben habe, etwas Sinnvolles auszuwählen. Ich bin sicher, dein Freund wird es lieben, John. Personalisierte Geschenke sind immer etwas Besonderes. Ich werde dann beide Artikel kaufen. Es ist eine vielseitige und durchdachte Geschenkwahl. Das klingt nach einem Plan, John. Ich bin sicher, dein Freund wird sich über ein so durchdachtes Geschenk freuen. Danke für deinen Beitrag, Anna. Ihr Vorschlag hat mir geholfen, eine Entscheidung zu treffen. Gern geschehen, John. Ich freue mich, dass ich dir weiterhelfen konnte. Ihr Freund hat das Glück, jemanden wie sie zu haben, dem es wichtig ist, das perfekte Geschenk zu finden. Ich versuche mein Bestes, Anna. Es macht mir Freude, andere glücklich zu machen. Das ist das Mindeste, was ich für meine Freunde tun kann. Deine Aufmerksamkeit und Großzügigkeit kommen zum Vorschein, John. Dein Freund hat Glück, dich zu haben. Danke, Anna. Deine freundlichen Worte bedeuten mir viel. Ich werde dafür sorgen, dass das Geschenk mit einer herzlichen Botschaft überreicht wird. Ich bin sicher, dein Freund wird die Stimmung hinter dem Geschenk zu schätzen wissen, John. Es sind die kleinen Dinge, die einen großen Unterschied machen. Absolut, Anna. Es sind der Gedanke und die Mühe, die zählen. Ich freue mich auf die Reaktion meines Freundes. Es wird ein wunderbarer Moment sein, John. Genieße das Schenken und die Freude, die es dir und deinem Freund bereitet. Das werde ich, Anna. Nochmals vielen Dank für Ihre Anleitung. Es ist immer hilfreich, eine zweite Meinung einzuholen. Jederzeit, John. Ich bin hier, um dir zu helfen. Viel Glück mit dem Geschenk und ich hoffe, dein Freund liebt es. Ich weiß, deine Unterstützung zu schätzen, Anna. Ich halte dich auf dem Laufenden, wie es läuft. Ich drücke die Daumen für eine positive Antwort. Ich freue mich darauf, davon zu hören, John. Ich bin mir sicher, dass es ein großer Erfolg wird. Viel Glück und genießen Sie den Moment des Schenkens. Lektion 5. Unvorhersehbares Wetter Anna, das Wetter kann manchmal so unberechenbar sein, findest du nicht? Ja, John. Ja, stimmt. In einem Moment ist es sonnig und im nächsten Moment regnet es in Strömen. Ich finde es schwierig, Outdoor-Aktivitäten zu planen, wenn sich das Wetter so schnell ändern kann. Ich verstehe, John. Es ist immer eine gute Idee, die Wettervorhersage zu überprüfen, bevor Sie etwas planen. Selbst dann ist die Prognose nicht immer korrekt. Mutter Natur hat manchmal ihre eigenen Pläne. Das stimmt, John. Wir können das Wetter nicht kontrollieren, aber wir können uns anpassen und das Beste draus machen. Ich denke, wir müssen flexibel sein und auf unerwartete Wetterbedingungen vorbereitet sein. Absolut. Es ist ratsam, einen Regenschirm oder eine Jacke mitzunehmen, nur für den Fall, dass sich das Wetter ändert. Ich habe es ein paar Mal auf die harte Tour gelernt, als ich ohne Schutz in einen plötzlichen Regenguss geraten bin. Das passiert den Besten von uns, John. Aber diese Erfahrungen lehren uns, achtsamer und besser vorbereitet zu sein. Mir ist auch aufgefallen, dass das Wetter die Stimmung und das Energieniveau der Menschen beeinflussen kann. Ja, das Wetter kann unsere Emotionen beeinflussen. Sonnige Tage heben oft unsere Stimmung, während wir uns an düsteren Tagen etwas niedergeschlagen fühlen können. Es ist faszinierend, wie das Wetter unser allgemeines Wohlbefinden beeinflussen kann. In der Tat, John. Deshalb ist es wichtig, auf uns selbst aufzupassen und Wege zu finden, positiv zu bleiben, unabhängig vom Wetter. Ich stimme zu, Anna. Indooraktivitäten oder Freude an der Schönheit verschiedener Wetterbedingungen können uns helfen, die Unvorhersehbarkeit zu akzeptieren. Exakt. Einen gemütlichen Tag drinnen während eines Sturms zu genießen oder einen erfrischenden Spaziergang unter der Sonne zu machen, kann ebenso herrlich sein. Es geht darum, bei jeder Wettersituation den Silberstreif am Horizont zu finden, nicht wahr? Absolut, John. Die Einzigartigkeit des Wetters eines jeden Tages zu schätzen, kann unserem Leben einen Hauch von Abenteuer verleihen. Ich werde das im Hinterkopf behalten und versuchen, die Vielfalt der Wettermuster zu schätzen. Das ist eine wundervolle Einstellung, John. Denken Sie daran, dass jeder Tag eine neue Gelegenheit ist, die Wunder der Natur zu erleben, egal ob Regen oder Sonnenschein. Danke für die Erinnerung, Anna. Ich werde das Beste aus jedem Wetter machen, das mir in die Quere kommt. Gern geschehen, John. Bleib anpassungsfähig und genieße die Schönheit, die jeder Tag mit sich bringt, unabhängig vom Wetter. Lektion 6 Haustiere mit Zeit und Konsequenz trainieren Anna, wie lange dauert es normalerweise, ein Haustier auszubilden? Es ist unterschiedlich, John, aber mit der Zeit und Konsequenz kann man Fortschritte in Ihrem Training sehen. Es ist also kein Prozess über Nacht. Ich muss geduldig und ausdauernd sein. Das stimmt, John. Eine starke Bindung aufzubauen und Ihrem Haustier neue Verhaltensweisen beizubringen, erfordert Zeit und Hingabe. Ich bin bereit, mir die Mühe zu geben. Welche Trainingsmethoden empfehlen Sie? Positive Verstärkung ist oft effektiv, John. Gutes Benehmen zu belohnen, ermutigt Haustiere, es zu wiederholen. Das ergibt Sinn. Ich werde dafür sorgen, dass mein Haustier belohnt wird, wenn es Befehle befolgt oder das gewünschte Verhalten zeigt. Konsequenz ist der Schlüssel, John. Wenn Sie immer dieselben Hinweise und Belohnungen verwenden, kann Ihr Haustier besser verstehen, was erwartet wird. Ich werde eine Routine einrichten und mich daran halten. Haustiere gedeihen mit Struktur und klaren Erwartungen. Das ist ein großartiger Ansatz, John. Denken Sie daran, die Trainingseinheiten kurz und häufig zu halten, um das Training besser zu halten. Ich werde das Training in kleinere Aufgaben aufteilen und sie regelmäßig üben. Auf diese Weise wird es für mein Haustier nicht überwältigend sein. Exzellente Idee, John. Allmählicher Fortschritt und positive Verstärkung sorgen für eine positive Lernerfahrung für Haustiere. Wie viel Zeit sollte ich täglich dem Training widmen? Kurze Sitzungen von 10 bis 15 Minuten ein paar Mal am Tag sind normalerweise effektiver als eine lange Sitzung, John. Ich werde sicherstellen, dass das Training in meinen Tagesablauf integriert wird. Beständigkeit ist der Schlüssel zum Erfolg. Absolut, John. Ihr Haustier wird die Regelmäßigkeit zu schätzen wissen und die gemeinsame Zeit mit Ihnen genießen. Ich freue mich darauf, die Fortschritte meines Haustieres im Laufe der Zeit zu sehen. Es wird eine lohnende Reise für uns beide sein. Das wird es sicherlich, John. Denken Sie daran, Geduld, Konsequenz und eine positive Einstellung werden viel dazu beitragen, Ihr Haustier auszubilden. Danke für die Anleitung, Anna. Ich fühle mich besser bereit, mich auf diese Trainingsreise zu begeben. Gern geschehen, John. Ich freue mich, dass ich helfen konnte. Genießen Sie den Prozess und ich bin sicher, dass Sie und Ihr Haustier großartige Ergebnisse erzielen werden. Ich weiß deine Unterstützung zu schätzen, Anna. Auf ein erfolgreiches und erfüllendes Tiertrainingserlebnis. Prost darauf, John. Ich wünsche dir alles Gute bei deinen Trainingsbemühungen. Sie und Ihr Haustier werden es großartig machen. Anna, ist das Frühstück im Hotelzimmerpreis enthalten? Ja, John. Frühstück ist im Preis inbegriffen. Wir servieren ein Frühstücksbuffet von 7 Uhr bis... Um wie viel Uhr schließt das Frühstücksbuffet? Das Frühstücksbuffet schließt um 10 Uhr. Sie haben also genügend Zeit, um Ihr Frühstück zu genießen. Das ist toll zu hören. Ich frühstücke gerne ausgiebig, um meinen Tag zu beginnen. Unser Buffet bietet eine Vielzahl von Optionen für unterschiedliche Geschmäcker und Ernährungspräferenzen. Das ist wunderbar. Ich schätze es, beim Frühstück die Wahl zu haben. Sie finden eine Auswahl an frischem Obst, Gebäck, Müsli, warmen Gerichten und Getränken zur Auswahl. Es klingt köstlich. Ich kann es kaum erwarten, es auszuprobieren. Ich bin sicher, du wirst etwas finden, das deinen Appetit stillt, John. Das Frühstücksangebot ist ziemlich umfangreich. Muss ich eine Reservierung für das Frühstück vornehmen oder kann ich einfach kommen? Es sind keine Reservierungen erforderlich, John. Sie können einfach während der Frühstückszeiten erscheinen und ihr Essen genießen. Das ist praktisch. Ich mag die Flexibilität, frühstücken zu können, wann immer ich bereit bin. Wir bemühen uns, unseren Gästen ein problemloses Erlebnis zu bieten, John. Genießen Sie Ihr Frühstück in Ihrem eigenen Tempo. Danke, Anna. Ich schätze die Information. Ich werde dafür sorgen, dass ich mir während meines Aufenthalts ein reichhaltiges Frühstück gönne. Gern geschehen, John. Es ist uns eine Freude, Ihnen ein zufriedenstellendes Frühstückserlebnis anbieten zu können. Haben Sie einen wundervollen Aufenthalt und genießen Sie Ihre Mahlzeiten. Das werde ich, Anna. Danke für Ihre Gastfreundschaft. Ich freue mich jeden Morgen auf ein köstliches Frühstück. Wir freuen uns, dass du hier bist, John. Genießen Sie Ihren Aufenthalt und guten Appetit. Lektion 8 – Präferenzen beim Einkaufen von Kleidung Anna, wie triffst du normalerweise eine Entscheidung, wohin du gehen willst, wenn es darum geht, Kleidung einzukaufen? Nun, John, das hängt davon ab, wonach ich suche und von meinen persönlichen Vorlieben. Hast du ein Lieblingsgeschäft oder eine Lieblingsmarke, die du oft besuchst? Ich habe keinen bestimmten Favoriten, aber es macht mir Spaß, verschiedene Geschäfte und Marken zu erkunden, um einzigartige Stücke zu finden. Sie möchten also eine Vielzahl von Optionen haben, wenn es um die Auswahl der Kleidung geht? Ja, ich glaube, eine vielfältige Auswahl ermöglicht es mir, meinen persönlichen Stil effektiver auszudrücken. Das ergibt Sinn. Ich neige dazu, mich an ein paar Geschäfte zu halten, die ich kenne und denen ich vertraue. Es ist toll, Geschäfte zu haben, in denen Sie sich wohl fühlen. Sie haben oft vertraute Stile, die Ihrem Geschmack entsprechen. Ich finde es praktisch, dort einzukaufen, wo ich das Layout kenne und leicht finde, was ich brauche. Bequemlichkeit spielt bei Einkaufsentscheidungen eine wichtige Rolle. Es ist wichtig, dass Sie sich wohl fühlen und das Erlebnis genießen. Absolut. Ich berücksichtige auch Faktoren wie Preis und Qualität, wenn ich mich entscheide, wo ich einkaufen möchte. Preis und Qualität sind wesentliche Aspekte. Es ist wichtig, ein Gleichgewicht zwischen Erschwinglichkeit und Haltbarkeit zu finden. Shopst du manchmal online Kleidung oder bevorzugst du physische Geschäfte? Ich mache beides, John. Online-Shopping bietet Bequemlichkeit, während ich in Ladengeschäften Kleidung vor dem Kauf anprobieren kann. Ich verstehe. Das Anprobieren von Kleidung vor dem Kauf sorgt für eine bessere Passform und vermeidet lästige Rücksendungen. Exakt. Online-Shopping bietet jedoch Zugang zu einer breiteren Palette von Optionen und bietet oft tolle Angebote. Das stimmt. Ich sollte mehr über Online-Shopping nachdenken, um meine Auswahl zu erweitern. Es kann eine unterhaltsame und bequeme Art sein, neue Stile und Marken zu entdecken, John. Haben Sie Tipps, wie Sie gute Angebote oder Rabatte finden können? Wenn Sie nach Verkäufen Ausschau halten, sich für Newsletter anmelden und Marken in den sozialen Medien folgen, können Sie Rabatte finden. Ich werde mir diese Tipps merken. Es ist immer schön, ein gutes Schnäppchen zu machen. In der Tat ist es eine Win-Win-Situation, Geld zu sparen und gleichzeitig stilvolle Kleidung zu finden. Vielen Dank, dass du deine Einblicke in das Einkaufen geteilt hast, Anna. Ich werde in Betracht ziehen, verschiedene Geschäfte auszuprobieren und Online-Optionen zu erkunden. Gern geschehen, John. Viel Spaß beim Shoppen und vielleicht finden Sie die perfekten Ergänzungen für Ihre Garderobe. Ich weiß deine guten Wünsche zu schätzen, Anna. Auf die Suche nach tollen Klamotten, mit denen wir fantastisch aussehen und uns auch so fühlen. Prost darauf, John. Viel Spaß beim Shoppen und vielleicht entdecken Sie unterwegs Ihre Modeschätze. Lektion 9 Würfliche Grüße und Wohlbefinden Guten Morgen, MS Johnson. Wie geht's dir heute? Guten Morgen, John. Mir geht es gut, danke. Wie steht's mit dir? Mir geht es gut, danke der Nachfrage. Es ist ein wunderschöner Tag, nicht wahr? Ja, das ist es. Die Sonne scheint und das Wetter ist angenehm. Es ist immer schön, den Tag mit Positivität und guter Stimmung zu beginnen. Absolut, John. Eine positive Einstellung kann einen signifikanten Unterschied in unserem allgemeinen Wohlbefinden machen. Dem stimme ich voll und ganz zu. Wenn wir uns gut fühlen, scheint alles zusammen zu passen. In der Tat ist es für ein ausgeglichenes Leben unerlässlich, auf unser geistiges und emotionales Wohlbefinden zu achten. Gibt es etwas Spezielles, das dir hilft, eine positive Einstellung zu bewahren, Anna? Aktivitäten nachzugehen, die mir Spaß machen, Zeit mit geliebten Menschen zu verbringen und Dankbarkeit zu üben, sind einige der Dinge, die mich positiv stimmen. Das sind wunderbare Praktiken. Ich finde, dass das Ausdrücken von Dankbarkeit mir auch hilft, die kleinen Dinge im Leben wertzuschätzen. Dankbarkeit hat eine Möglichkeit, unseren Fokus auf die positiven Aspekte zu verlagern und mehr Freude in unser Leben zu bringen. Absolut. Es ist wichtig, dass wir uns glücklich schätzen und Freude im gegenwärtigen Moment finden. In der Tat, John. Achtsam und präsent zu sein ermöglicht es uns, die einfachen Freuden des Lebens voll und ganz zu erleben und zu schätzen. Ich stimme voll und ganz zu. Es sind die kleinen Momente, die uns oft am meisten glücklich machen. Absolut, John. Diese kleinen Momente zu schätzen, bereichert unser Leben. Nun, ich freue mich zu hören, dass es dir gut geht, Anna. Es gibt einen positiven Ton für den Tag an. Danke, John. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag voller Glück und Positivität. Ich schätze deine freundlichen Wünsche, Anna. Machen wir das Beste aus dem heutigen Tag und genießen wir jeden Moment. Auf jeden Fall, John. Hab einen großartigen Tag vor dir und möge er voller Freude und Erfüllung sein. Danke, Anna. Auf einen fantastischen Tag für uns beide. Prost darauf, John. Machen wir es zu einem unvergesslichen Tag. Lektion 10 Reiseberichte teilen Anna, ich kann es kaum erwarten, unsere Reiseberichte zu teilen, wenn ich zurück bin. Ich freue mich, von deinen Abenteuern zu hören, John. Wo hast du vorzugehen? Ich fliege nach Japan. Ich war schon immer fasziniert von der Kultur und den wunderschönen Landschaften. Japan klingt fantastisch. Ich bin sicher, sie werden eine fantastische Zeit haben, das Land zu erkunden. Ich freue mich darauf, in die reiche Geschichte einzutauchen und köstliche japanische Küche auszuprobieren. Die japanische Küche ist unglaublich. Vergessen Sie nicht, Sushi, Ramen und Mechatee zu probieren. Ich habe so viel über diese Gerichte gehört. Sie stehen definitiv auf meiner Liste der Lebensmittel, die man probieren muss. Du wirst ein kulinarisches Abenteuer erleben, John. Mach unbedingt ein paar Fotos, um sie mit mir zu teilen. Unbedingt. Ich werde viele Fotos machen und meine Reise dokumentieren, um sie mit dir und unseren Freunden zu teilen. Ich kann es kaum erwarten, die Sehenswürdigkeiten mit deinen Augen zu sehen. Es wird sein, als würde man stellvertretend reisen. Und ich freue mich auch darauf, von ihrer bevorstehenden Reise zu hören. Wo hast du vorzugehen? Ich denke darüber nach, Italien zu besuchen. Die Kunst, die Geschichte und natürlich die Pizza und das Eis rufen mich an. Italien ist ein Traumziel. Die Meisterwerke der Architektur und Kunst werden Sie in Ehrfurcht versetzen. Ich freue mich besonders darauf, die Städte Rom, Florenz und Venedig zu erkunden. Jede Stadt hat ihren eigenen Charme und ihre eigenen Attraktionen. Sie werden ein unvergessliches Erlebnis haben. Das hoffe ich, John. Ich sorge dafür, dass ich ein paar italienische Souvenirs für dich mitbringe. Das ist nett von dir, Anna. Ich halte auch Ausschau nach etwas Besonderem aus Japan für dich. Danke, John. Das wird eine schöne Art sein, uns an unsere Reisen und die Verbundenheit, die wir als Freunde teilen, zu erinnern. Absolut, Anna. Reisen und das Teilen unserer Erfahrungen bringen uns näher zusammen. Dem stimme ich voll und ganz zu, John. Das ist eine wunderschöne Art, bleibende Erinnerungen zu schaffen. Nun, ich fange besser an zu packen und mich auf meine Reise vorzubereiten. Ich werde sie unterwegs auf dem Laufenden halten. Gute Reisen, John. Genieß jeden Moment und ich freue mich darauf, alles darüber zu erfahren, wenn du zurückkommst. Danke, Anna. Mach's gut und wir sehen uns bald mit spannenden Reisegeschichten zum Teilen. Pass auch auf dich auf, John. Ich bin hier und warte gespannt auf deine Rückkehr und die Geschichten deines Abenteuers. Lektion 11 – Eine bewundernswerte Wirkung erzielen Ich möchte eine bewundernswerte Wirkung erzielen, Anna. Das ist ein wunderbares Ziel, John. Was für eine Wirkung strebst du an? Ich möchte zu einer Sache beitragen, die das Leben der Menschen verbessert und positive Veränderungen bewirkt. Das ist lobenswert, John. In der Welt etwas zu bewegen, ist ein edles Unterfangen. Ich glaube, dass selbst kleine Aktionen einen Domino-Effekt haben und eine nachhaltige Wirkung haben können. Absolut, John. Jeder Akt der Freundlichkeit und des Mitgefühls ist wichtig und kann andere inspirieren. Ich möchte jemand sein, der andere aufmuntert, eine helfende Hand anlegt und Positivität verbreitet. Ihr Wunsch, anderen Positivität und Unterstützung zu bieten, ist wirklich bewundernswert, John. Danke, Anna. Ich habe auch immer deine Fähigkeit bewundert, das Leben der Menschen zu verändern. Das bedeutet mir viel, John. Ich bemühe mich, eine Quelle der Ermutigung und Unterstützung zu sein, wann immer ich kann. Du hast definitiv die Fähigkeit, etwas Positives zu bewirken, Anna. Deine Freundlichkeit scheint durch. Danke für deine freundlichen Worte, John. Es ist wichtig, dass wir uns gegenseitig dabei unterstützen, etwas zu bewegen. Gemeinsam können wir eine Welt schaffen, in der Freundlichkeit und Mitgefühl gefeiert werden. Absolut, John. Lasst uns weiterhin andere inspirieren und die Welt zu einem besseren Ort machen. Ich bin dankbar, dich als Freundin zu haben, Anna, jemanden, der dieselben Werte teilt. Ebenso, John. Es ist wunderbar, einen Freund zu haben, der motiviert ist, etwas Positives zu bewirken. Lassen Sie uns weiter dazu drängen, Gutes zu tun und positive Veränderungen als Domino-Effekt zu bewirken. Dem stimme ich voll und ganz zu, John. Zusammen können wir etwas bewirken und eine bleibende, bewundernswerte Wirkung hinterlassen. Danke für deine Unterstützung, Anna. Lasst uns diese Reise fortsetzen, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Danke auch, John. Lassen Sie uns andere mit unseren Aktionen inspirieren und bestärken und gemeinsam eine nachhaltige Wirkung erzielen. Lektion 12 Übung und Geduld Stimmt, Anna. Mit Übung und Geduld können wir Großes erreichen. Absolut, John. Konsequenter Einsatz und Beharrlichkeit können zu bemerkenswerten Ergebnissen führen. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass Fortschritt Zeit und Engagement erfordert. Das stimmt, John. Rom wurde nicht an einem Tag erbaut, wie man so schön sagt. Auf dem Weg dorthin stehen wir vielleicht vor Herausforderungen, aber mit Beharrlichkeit können wir sie bewältigen. Jeder noch so kleine Schritt vorwärts bringt uns unseren Zielen näher. Fehler sind Chancen für Wachstum und Verbesserung. Sie sollten uns nicht entmutigen. Das ist eine großartige Einstellung, Anna. Es ist wichtig, den Lernprozess anzunehmen. Es geht darum, eine wachstumsorientierte Denkweise zu haben und offen für kontinuierliche Verbesserungen zu sein. Genau, Anna. Wir sollten keine Angst haben, unsere Komfortzone zu verlassen und neue Dinge auszuprobieren. Wenn wir unsere Komfortzonen verlassen, können wir unser wahres Potenzial entdecken. Übung hilft uns, Selbstvertrauen aufzubauen und unsere Fähigkeiten im Laufe der Zeit zu verfeinern. Deshalb ist es wichtig, realistische Ziele zu setzen und diese in überschaubare Schritte zu unterteilen. Wenn wir unsere Ziele aufschlüsseln, sind sie erreichbarer und weniger überwältigend. Und selbst die kleinsten Siege auf dem Weg dorthin zu feiern, motiviert uns. Absolut, John. Es ist wichtig, unsere Fortschritte anzuerkennen und uns selbst Anerkennung zu zollen. Lasst uns also die Reise annehmen, mit Hingabe üben und Geduld mit uns selbst haben. Einverstanden, John. Bleiben wir dem Wachstum verpflichtet und vertrauen wir darauf, dass unsere Bemühungen zu Ergebnissen führen werden. Mit Übung und Geduld können wir Höhen erreichen, die wir nie für möglich gehalten hätten. Ich glaube an unsere Fähigkeit, Großes zu erreichen, John. Lass uns weitermachen. Danke für deine Unterstützung, Anna. Gemeinsam werden wir weiter lernen, wachsen und erfolgreich sein. Danke auch, John. Lasst uns weiter voranschreiten, Schritt für Schritt, unseren Zielen näher. Lektion 13 Exotische Küchen und unvergessliche Geschmäcker Erinnerungen Anna, hast du schon einmal exotische Gerichte probiert? Ja, John. Ich liebe es, neue Geschmacksrichtungen zu entdecken und Gerichte aus verschiedenen Kulturen zu probieren. Das ist wunderbar, Anna. Was ist die denkwürdigste Küche, die du je probiert hast? Es ist schwer, nur einen auszuwählen, aber ich werde nie die Aromen der authentischen thailändischen Küche vergessen. Thailändisches Essen ist unglaublich. Die Mischung aus süßen, würzigen und würzigen Aromen ist wirklich bemerkenswert. Absolut, John. Die Ausgewogenheit der Aromen in thailändischen Gerichten ist ein Genuss für die Geschmacksknospen. Haben Sie einzigartige thailändische Gerichte probiert, die Ihnen aufgefallen sind? Oh ja, das aromatische und geschmackvolle grüne Curry ist einer meiner Favoriten. Grünes Curry ist fantastisch. Die Kombination aus Kräutern, Gewürzen und Kokosmilch ist himmlisch. Es ist eine harmonische Geschmacksmischung, die einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Apropos unvergessliche Geschmäcker, ich hatte einmal die Gelegenheit, äthiopische Küche zu probieren. Die äthiopische Küche ist bekannt für ihre reichen Aromen und ihr gemeinschaftliches kulinarisches Erlebnis. Die Injera, ein Sauerteigfladenbrot, und die Vielfalt der würzigen Eintöpfel waren wirklich bemerkenswert. Das klingt nach einem unglaublichen kulinarischen Abenteuer, John. Ich würde gerne eines Tages äthiopische Küche probieren. Ich kann es nur empfehlen, Anna. Es ist ein Fest für die Sinne und die Seele. Die Erkundung exotischer Küchen ist wie eine kulturelle Reise durch Essen. Absolut, Anna. Es ermöglicht uns, uns mit verschiedenen Traditionen zu verbinden und verschiedene Geschmacksrichtungen zu schätzen. Es ist eine wunderschöne Art, den Reichtum unserer Welt zu erleben und zu feiern. Haben Sie jemals eine andere exotische Küche probiert, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat? Ja, ich hatte die Gelegenheit, authentisches japanisches Sushi zu probieren, und es war eine Offenbarung. Japanisches Sushi ist eine Wahlkunstform. Die frische und die delikaten Aromen sind beispiellos. Es ist ein kulinarisches Erlebnis wie kein anderes, John. Die Liebe zum Detail ist verblüffend. Dem stimme ich voll und ganz zu, Anna. Das Erleben neuer Küchen ist eine Fundgrube unvergesslicher Erinnerungen. Absolut, John. Es ist eine Reise, die es uns ermöglicht, unseren Horizont zu erweitern und neue Geschmacksrichtungen zu entdecken. Lassen Sie uns weiterhin die vielfältigen Küchen der Welt erkunden und genießen und dabei bleibende Erinnerungen schaffen. Da stimme ich dir zu, John. Auf noch mehr kulinarische Abenteuer und unvergessliche Geschmäcker. Lektion 14, Laserdrucker und Erschwinglichkeit Lektion 14, Laserdrucker und Erschwinglichkeit Anna, was ist mit einem Laserdrucker? Sind sie zu teuer? Laserdrucker sind teurer, John, aber sie sind bekannt für ihre Effizienz und ihre hochwertigen Drucke. Ich verstehe. Was macht Laserdrucker im Vergleich zu anderen Typen teurer? Laserdrucker verwenden fortschrittliche Technologien und Präzisionskomponenten, was zu ihren höheren Kosten beiträgt. Hat die Investition in einen Laserdrucker trotz des höheren Preises irgendwelche Vorteile? Absolut, John. Laserdrucker bieten schnellere Druckgeschwindigkeiten und erzeugen scharfe, professionell aussehende Ausdrucke. Das klingt vorteilhaft, insbesondere für jemanden, der große Mengen an Dokumenten drucken muss. Ja, Laserdrucker werden aufgrund ihrer Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit häufig in Büros und Unternehmen eingesetzt. Ich gehe davon aus, dass die Druckqualität von Laserdruckern ebenfalls überlegen ist. Das ist richtig, John. Laserdrucker erzeugen gestochen scharfe Texte und Bilder mit gleichbleibender Klarheit. Es scheint, als ob Laserdrucker eine gute Wahl für professionelle oder qualitativ hochwertige Druckanforderungen wären. In der Tat, John. Sie eignen sich besonders für Aufgaben, die präzises und detailliertes Drucken erfordern. Gibt es irgendwelche Überlegungen, die beim Kauf eines Laserdruckers zu beachten sind? Ein zu berücksichtigender Faktor sind die Kosten für Tonerkartuschen, deren Austausch teuer sein kann. Ah, ich verstehe. Obwohl die Anfangsinvestition höher sein mag, müssen möglicherweise laufende Kosten berücksichtigt werden. Das ist richtig, John. Es ist wichtig, die Gesamtbetriebskosten mit einzubeziehen. Gibt es Alternativen zu Laserdruckern, die ähnliche Vorteile zu einem niedrigeren Preis bieten? Tintenstrahldrucker sind eine günstigere Option und eignen sich gut für den täglichen Druckbedarf. Es hört sich so an, als ob Tintenstrahldrucker eine geeignete Wahl für diejenigen mit einem knapperen Budget sein könnten. In der Tat sind Tintenstrahldrucker oft budgetfreundlicher und können immer noch qualitativ hochwertige Drucker produzieren. Danke für die Information, Anna. Es ist hilfreich, die Vor- und Nachteile der verschiedenen Druckertypen zu verstehen. Gern geschehen, John. Es ist immer wichtig, Ihre spezifischen Druckanforderungen und Ihr Budget zu berücksichtigen. Absolut, Anna. Eine fundierte Entscheidung stellt sicher, dass wir das beste Preis-Leistungs-Verhältnis erhalten. Das stimmt, John. Ob Laserdrucker oder Tintenstrahldrucker, für jede Druckanforderung gibt es eine Lösung. Danke für deine Einblicke, Anna. Es ist mir immer eine Freude, diese Themen mit Ihnen zu besprechen. Danke auch, John. Ich freue mich, dass ich einige hilfreiche Informationen geben konnte. Lasst uns gemeinsam weiter lernen. Lektion 15 Kunstwerke teilen Ich würde gerne eines Tages deine Kunstwerke sehen. Klar, ich kann dir ein paar Bilder von meinen Kunstwerken zeigen. Ich arbeite hauptsächlich mit Acrylfarben und mag es, Landschaften und abstrakte Werke zu kreieren. Das klingt faszinierend. Ich freue mich zu sehen, wie deine Kreativität zum Leben erwacht. Ich finde, Kunst ist eine wunderbare Möglichkeit, mich auszudrücken und meine Fantasie zu erforschen. Kunst hat die Fähigkeit, Emotionen einzufangen und Geschichten ohne Worte zu erzählen. Absolut, John. Es ermöglicht mir, meine Gedanken und Gefühle in visueller Form zu vermitteln. Wie lange praktizierst du schon Kunst? Ich male jetzt seit ungefähr fünf Jahren, verfeinere allmählich meine Fähigkeiten und experimentiere mit verschiedenen Techniken. Das ist beeindruckend, Anna. Ich bewundere dein Engagement für dein Handwerk. Danke, John. Es war eine erfüllende Reise der Selbstdarstellung und des Wachstums. Hast du ein Lieblingskunstwerk, das du geschaffen hast? Es ist schwierig, sich zu entscheiden, aber es gibt ein Bild, das einen besonderen Platz in meinem Herzen einnimmt. Es fängt einen ruhigen Sonnenuntergang über einem ruhigen See ein. Das klingt wunderschön. Ich bin fasziniert von deiner Fähigkeit, die Essenz der Natur einzufangen. Die Natur inspiriert mich, John. Ihre Schönheit und Ruhe sind endlose Inspirationsquellen. Ich kann mir vorstellen, wie ihre Kunstwerke ein Gefühl von Frieden und Staunen hervorrufen müssen. Das hoffe ich, John. Ich strebe danach, Kunst zu schaffen, die bei anderen ankommt und Freude in ihr Leben bringt. Kunst hat die Möglichkeit, die Herzen der Menschen zu berühren und uns auf einer tieferen Ebene zu verbinden. Das ist die Macht der Kunst, John. Es hat die Fähigkeit, Grenzen zu überschreiten und emotionale Verbindungen zu fördern. Ich bin dankbar, dass ich die Gelegenheit habe, ihre Kunstwerke zu sehen und diese Verbindung zu erleben. Danke, John. Ich freue mich darauf, meine künstlerische Reise mit Ihnen zu teilen. Und ich freue mich darauf, von Ihrer Kreativität und Ihrem Talent inspiriert zu werden. Lasst uns weiterhin gemeinsam die Schönheit der Kunst schätzen und feiern, John. Auf die Schönheit der Kunst und die Freude, die sie in unser Leben bringt. Prost darauf, John. Lasst uns weiterhin durch unsere gemeinsame Liebe zur Kunst kreativ sein und inspirieren. Lektion 16, Überwachung der Natriumaufnahme Anna, was ist mit Natrium? Sollten wir das überwachen? Ja, John. Die Überwachung unserer Natriumaufnahme ist wichtig für die Aufrechterhaltung eines gesunden Lebensstils. Warum ist es notwendig, auf unseren Natriumkonsum zu achten? Der Konsum von zu viel Natrium kann zu hohem Blutdruck führen und das Risiko von Herzerkrankungen erhöhen. Ich verstehe. Wie viel Natrium sollten wir versuchen, an einem Tag zu konsumieren? Die empfohlene tägliche Natriumaufnahme für Erwachsene liegt im Allgemeinen bei etwa 2.300 Milligramm oder weniger. Gibt es bestimmte natriumreiche Lebensmittel, auf die wir achten sollten? Verarbeitete Lebensmittel wie Suppen, Snacks und Fastfood in Dosen haben oft einen hohen Natriumgehalt. Daher ist es wichtig, die Lebensmitteletiketten zu lesen und auf verstecktes Natrium in unserer Ernährung zu achten. Absolut, John. Es ist wichtig, sich des Natriumgehalts in den Lebensmitteln, die wir konsumieren, bewusst zu sein. Gibt es alternative Gewürze oder Aromen, mit denen wir die Natriumaufnahme reduzieren können? Ja, Kräuter, Gewürze und Zitrussefte können Mahlzeiten Geschmack verleihen, ohne stark auf Natrium angewiesen zu sein. Das ist gut zu wissen. Es geht darum, gesündere Wege zu finden, um den Geschmack unserer Lebensmittel zu verbessern. Genau, John. Wir können frischen Zutaten dem Vorzug geben und natürliche Aromen verwenden, um köstliche Mahlzeiten zuzubereiten. Gibt es bestimmte Gesundheitsbedingungen, die eine strengere Natriumkontrolle erfordern? Ja, Personen mit bestimmten Erkrankungen wie Bluthochdruck oder Nierenproblemen müssen die Natriumaufnahme möglicherweise weiter einschränken. Es ist wichtig, dass Sie eng mit medizinischem Fachpersonal zusammenarbeiten, um Ihre Natriumaufnahme zu kontrollieren. Absolut, John. Personalisierte Beratung kann dabei helfen, sicherzustellen, dass Sie die richtigen Entscheidungen treffen. Danke, dass du aufgeklärt hast, wie wichtig es ist, unsere Natriumaufnahme zu überwachen, Anna. Gern geschehen, John. Es ist wichtig, unserer Gesundheit Priorität einzuräumen und fundierte Ernährungsentscheidungen zu treffen. Achten wir weiterhin auf unseren Natriumkonsum und ermutigen wir andere, dasselbe zu tun. Ich stimme zu, John. Kleine Schritte in Richtung eines gesünderen Lebensstils können einen großen Unterschied machen. Auf unser Buhl befinden und darauf, gesündere Entscheidungen für uns und unsere Mitmenschen zu treffen. Prost darauf, John. Bemühen wir uns um einen ausgewogenen und nahrhaften Ernährungsansatz. Lektion 17, Nothilfe Okay, Fräulein. Der Krankenwagen wird in zwei Minuten da sein. Bitte bleib da. Wir werden dich finden. Hilfe ist auf dem Weg. Bleib ruhig und sie werden sich um dich kümmern. Ich versuche ruhig zu bleiben. Ich schätze deine Beruhigung. Es ist wichtig, dass sie dort bleiben, wo sie sind, damit die Sanitäter sie schnell finden können. Ich werde mich nicht bewegen. Ich bleibe an diesem Ort, bis sie ankommen. Ja, ich halte dich auf dem Laufenden. Bitte teilen Sie ihnen mit, dass es dringend ist. Ich habe Sie bereits über die Dringlichkeit der Situation informiert. Halte durch. Ich gebe mein Bestes. Vielen Dank für Ihre Hilfe und schnelle Antwort. Du bist willkommen. Wir sind hier, um dich zu unterstützen. Der Krankenwagen sollte bald da sein. Ich kann jetzt die Sirenen hören. Sie müssen in der Nähe sein. Das ist ein gutes Zeichen. Sie sind fast da. Nur ein bisschen länger. Ich kann nicht ausdrücken, wie dankbar ich für Ihre Hilfe bin. Ich freue mich, dass ich helfen konnte. Es ist wichtig, in Verbindung zu bleiben und in Notfällen unter die Arme zu greifen. Absolut. Ihre Anwesenheit und Führung waren von unschätzbarem Wert. Die Sanitäter sind da. Die werden sich jetzt um dich kümmern. Danke für alles, John. Ich weiß deine Unterstützung zu schätzen. Gern geschehen, Anna. Pass auf dich auf und ich hoffe, es geht dir bald besser. Das werde ich. Nochmals vielen Dank. Deine Hilfe hat einen Unterschied gemacht. Bleib stark, Anna. Wünsche dir eine schnelle Genesung. Das behalte ich im Hinterkopf. Danke, dass du da warst, als ich es am drinnensten brauchte. Lektion 18 Befleckte Vorhänge Anna, die Vorhänge sind fleckig. Ich entschuldige mich für die Unannehmlichkeiten. Wir können Das ist in Ordnung, John. Ich verstehe, dass Unfälle passieren. Was können wir dagegen tun? Wir können versuchen, die Flecken mit einer sanften Reinigungslösung und einem feuchten Tuch zu entfernen. Sollen wir zuerst die Vorhänge abnehmen, bevor wir sie putzen? Ja, es ist am besten, sie zur leichteren Reinigung von der Gardinenstange zu entfernen. In Ordnung, lassen Sie uns sie vorsichtig abnehmen und mit dem Reinigungsvorgang fortfahren. Sobald die Gardinen heruntergefallen sind, können wir sie auf eine saubere Oberfläche legen und die Flecken bearbeiten. Haben wir eine geeignete Reinigungslösung zur Verfügung oder sollten wir eine kaufen? Wir haben ein mildes Reinigungsmittel, das für diesen Zweck gut funktionieren sollte. Perfekt! Lassen Sie uns das Reinigungsmittel mit Wasser verdünnen und auf die befleckten Stellen auftragen. Wir müssen beim Schrubben der Flecken vorsichtig vorgehen, um eine Beschädigung des Stoffes zu vermeiden. Ich verwende ein weiches Tuch, um die fleckigen Stellen vorsichtig mit der Reinigungslösung zu schrubben. Nach dem Schrubben sollten wir das Tuch abspülen und damit die Waschmittelrückstände abwischen. Sollen wir die Vorhänge an der Luft trocknen lassen oder eine Trockenmaschine benutzen? Lassen Sie sie am besten an der Luft trocknen, um ein mögliches Schrumpfen oder Beschädigungen zu vermeiden. Das ergibt Sinn. Wir können sie wieder aufhängen, wenn sie vollständig trocken sind. Hoffentlich werden die Flecken nach der Reinigung deutlich reduziert oder ganz verschwunden. Auch wenn sie noch nicht ganz weg sind, können wir andere Optionen wie das Färben oder Ersetzen in Betracht ziehen. Das stimmt. Wir werden diese Alternativen bei Bedarf prüfen. Danke für dein Verständnis, Anna. Kein Problem, John. Unfälle passieren und wir können zusammenarbeiten, um sie zu lösen. Ich schätze Ihre Zusammenarbeit und Ihre Bereitschaft, eine Lösung zu finden. Wir sind ein großartiges Team, John. Wir sorgen dafür, dass die Gardinen wieder von ihrer besten Seite aussehen. Absolut, Anna. Im Handumdrehen haben wir saubere und fleckenfreie Vorhänge. Es geht darum, Probleme zu lösen und unseren Lebensraum sauber und schön zu halten. Lektion 19 Überprüfung der Wi-Fi-Konnektivität Anna, könntest du in der Zwischenzeit bitte überprüfen, ob andere Geräte eine Verbindung zum WLAN herstellen können? Sicher, John. Ich teste die Wi-Fi-Konnektivität auf meinem Handy und Laptop. Großartig! Mal sehen, ob es ein Problem mit dem Wi-Fi-Netzwerk oder nur mit Ihrem Gerät ist. Mein Telefon ist ohne Probleme mit dem WLAN verbunden. Das ist gut zu wissen. Das bedeutet, dass das Wi-Fi-Netzwerk ordnungsgemäß funktioniert. Lassen Sie mich jetzt versuchen, meinen Laptop anzuschließen und zu sehen, ob es funktioniert. Nehmen Sie sich Zeit. Wir möchten sicherstellen, dass alle Geräte eine reibungslose Verbindung herstellen können. Mein Laptop kann auch problemlos eine Verbindung zum Wi-Fi-Netzwerk herstellen. Das ist eine Erleichterung. Es scheint, dass das Problem dann spezifisch für Ihr Gerät ist. Ja, es scheint so. Können wir noch etwas versuchen, um das Verbindungsproblem zu beheben? Wir können versuchen, Ihr Gerät neu zu starten und prüfen, ob das Problem dadurch behoben wird. In Ordnung. Ich starte mein Gerät neu und versuche erneut, eine Verbindung zum WLAN herzustellen. Manchmal kann ein einfacher Neustart temporäre Störungen beheben. Ich habe mein Gerät neu gestartet und versuche jetzt, eine Verbindung zum WLAN herzustellen. Ich drücke die Daumen, dass es diesmal klappt. Leider kann ich immer noch keine Verbindung zum Wi-Fi-Netzwerk herstellen. Versuchen wir, das Netzwerk auf Ihrem Gerät zu vergessen und dann erneut eine Verbindung herzustellen. Okay, ich habe das Netzwerk vergessen. Jetzt verbinde ich mich wieder mit dem WLAN. Hoffentlich aktualisiert dieser Schritt die Verbindung und ermöglicht es Ihnen, eine Verbindung herzustellen. Es hat geklappt. Ich bin jetzt erfolgreich mit dem Wi-Fi-Netzwerk verbunden. Das sind fantastische Neuigkeiten. Ich freue mich, dass wir das Problem lösen konnten. Danke für deine Hilfe, John. Ich schätze Ihre Fähigkeiten zur Problembehebung. Gern geschehen, Anna. Ich bin immer hier, um zu helfen. Genießen Sie Ihre ununterbrochene Internetverbindung. Das werde ich, John. Nochmals vielen Dank für Ihre Unterstützung. Du bist ein Lebensretter. Ich mache nur meinen Teil. Wir sind ein großartiges Team bei der Lösung technischer Probleme. In der Tat, John. Gemeinsam können wir alle Herausforderungen bewältigen, die sich uns stellen. Wussten Sie, dass gefrorenes Obst und Gemüse tatsächlich sehr nahrhaft ist, da sie bei höchster Frische eingefroren werden? Wirklich? Ich dachte immer, frische Produkte wären gesünder als gefrorene. Frische Produkte sind zwar großartig, aber das Einfrieren von Obst und Gemüse bewahrt ihren Nährwert. Das ist interessant. Mir war nicht bewusst, dass durch das Einfrieren die Nährstoffe zurückgehalten werden können. Ja, das Einfrieren hilft dabei, die in den Produkten enthaltenen Vitamine, Mineralien und Antioxidantien einzuschließen. Also, selbst wenn Sie gefroren sind, liefern Sie immer noch wichtige Nährstoffe? Absolut. Gefrorenes Obst und Gemüse kann eine bequeme und nahrhafte Option sein. Das ist gut zu wissen. Es ist beruhigend, alternative Optionen für eine ausgewogene Ernährung zu haben. Außerdem sind gefrorenes Obst und Gemüse oft günstiger und länger haltbar. Das ist definitiv ein Vorteil. Es hilft auch bei der Reduzierung von Lebensmittelverschwendung. Auf jeden Fall. Sie können sich mit Tiefkühlprodukten eindecken und diese sofort verfügbar haben. Gibt es bestimmte Obst- oder Gemüsesorten, die im gefrorenen Zustand besonders nahrhaft sind? Im Allgemeinen behalten die meisten Obst- und Gemüsesorten ihren Nährwert, wenn sie eingefroren sind. Das sind großartige Neuigkeiten. Das bedeutet, dass wir eine Vielzahl nahrhafter Optionen genießen können. Exakt. Sie können gefrorenes Obst in Smoothies einarbeiten oder gefrorenes Gemüse in Pfannengerichten verwenden. Es klingt so, als ob Tiefkühlprodukte Flexibilität bei der Zubereitung von Mahlzeiten bieten. Absolut. Es ist eine bequeme Art, nahrhafte Zutaten zur Hand zu haben. Ich werde auf jeden Fall erwägen, mehr gefrorenes Obst und Gemüse auf meine Einkaufsliste zu setzen. Das ist eine kluge Wahl. Ihr Körper wird es Ihnen für die zusätzlichen Nährstoffe danken. Danke, dass du diese wertvollen Informationen geteilt hast, John. Es verändert meine Sicht auf Tiefkühlkost. Gern geschehen, Anna. Es ist immer eine Freude, Wissen zu teilen und gesunde Entscheidungen zu fördern. Ich schätze Ihre Anleitung, fundierte Entscheidungen über unsere Ernährung zu treffen. Wir sind hier, um uns gegenseitig dabei zu unterstützen, positive Entscheidungen für unser Wohlbefinden zu treffen. Absolut, John. Gemeinsam können wir nahrhafte Optionen nutzen und ein gesünderes Leben führen. Ich liebe Rockmusik, also würde ich wahrscheinlich damit anfangen. Wie steht's mit dir? Rockmusik ist großartig, aber ich tendiere eher zu Pop- und elektronischen Genres. Das ist cool. Pop- und elektronische Musik haben ihre eigene einzigartige Energie. Absolut. Sie bringen mich dazu, zu tanzen und mich optimistisch zu fühlen. Rockmusik hat einen rohen und kraftvollen Sound, der bei mir Anklang findet. Das kann ich verstehen. Rockmusik kann intensiv und emotional aufgeladen sein. Es ist faszinierend, wie unterschiedliche Genres unterschiedliche Emotionen und Stimmungen hervorrufen. Auf jeden Fall. Musik hat eine Art, sich mit unseren Gefühlen und Erfahrungen zu verbinden. So wahr. Es ist wie eine Sprache, die zu unseren Seelen spricht. Ich erkunde auch gerne andere Genres wie Jazz und klassische Musik. Jazz und klassische Musik haben eine zeitlose Qualität. Sie sind beruhigend. Ja, sie können sehr entspannend sein und eine beruhigende Atmosphäre bieten. Hast du jemals versucht, Alternative oder Indie-Rock zu hören? Ja, habe ich. Es gibt eine gewisse Indie-Atmosphäre, die ich faszinierend finde. Indie-Rock zeigt oft einzigartige und experimentelle Sounds. Das ist es, was mich anzieht, Kreativität und Individualität. Es ist toll, dass wir unterschiedliche Musikgeschmöcke haben. Wir können gemeinsam neue Songs entdecken. Absolut. Musik zu teilen und zu entdecken ist ein wunderbares Erlebnis. Hast du irgendwelche Lieblingsbands oder Künstler im Pop- oder Elektronik-Genre? Es gibt so viele talentierte Künstler, aber ich bin ein Fan von Taylor Swift und Calvin Harris. Taylor Swift hat durch ihre Musik ein Händchen für das Geschichten erzählen. Calvin Harris produziert eingängige Beats. Sie sind beide unglaublich talentiert und haben so viel zu ihren Genres beigetragen. Es ist faszinierend, wie Musik Menschen zusammenbringt, unabhängig von ihren Vorlieben. Das ist das Schöne an Musik, sie überwindet Grenzen und verbindet uns. Gut gesagt, Anna. Musik ist eine universelle Sprache, die zu unseren Herzen spricht. Danke, John. Lasst uns weiterhin die Macht der Musik in unserem Leben feiern. Das ist das Schötenaccord mit dem Leben feiern wird, das ist die одна. 85 an. Musik ist in der儿 Buch zu everyone.